Mit Kim und Jan Herzlich Willkommen hier Bei mir in der Show Okay, übertreibt Ne, Quatsch Diese Map haben wir glaube ich noch nie gespielt Also zumindest nicht auf Das haben wir zumindest nicht aufgenommen Soviel ich weiß Das ist eine weitere Demolition Map Also der Spielmodus den wir schon letztens gespielt haben Ja und by the way Jan ist auch da Hallo Also Drei von uns spielen jetzt Und sind zum Glück in einem Team Ja sonst würdet ihr wieder beide sterben Nicht gerade eben Aber wäre cool wenn Julius auch mal mitkommt Das wäre geil wenn wir da zu viert spielen könnten Einfach so Vier von fünf Spielern halt Die hier sind Oh man doch Super ich hab nicht ein Gegner gesehen Ne ich auch nicht Ich bin gestorben Also ich hab auf den geschossen aber der ist nicht gestorben Schade Wir haben ja ein super soziales Team Ja ne Ein super soziales Team Stay Frosty Stay Frosty hat er gesagt Ja hat er Warum Ich habe keine Ahnung Ist das so ein Steve Jobs Stay foolish Stay hungry Stay foolish Ich hab doch Steve Jobs mal gesagt Au Hey da ist der erste kaputt Das ist ein Bot Wie cool Ja aber du kannst die Bots steuern Wenn du tot bist und da ist irgendwie noch ein ungesteuerter Bot da Dann kannst du den steuern Wir haben keine Bots im Team Ja ich sehe es auch Aber wenn da halt einer wäre Weißt du was ich meine Nice one Wenn dem denn wäre Wenn das Wörtchen Wenn Nee Quatsch Wenn das Wörtchen Wenn nicht wäre Wäre ich jetzt nicht mehr hier Das ist Quatsch Es wäre Wenn das Wörtchen Wäre Nicht wir Wäre mein Vater Millionär Sowas War sowas Englisches Let's go Der früher mal in der Schule gesagt Die haben uns früher in der Schule auch ziemlich rassistische Sachen beigebracht Ach nee weißt du was ich mache Hier oben Da fahre Da war da zwei Unten ist noch einer am Wasser Sehr schön Leute Das geht ja wie Hat sich ja wieder gelohnt für mich Unheimlich Wieso Mal wieder nicht mal ein Feind zu sehen Welche Waffe hast du jetzt B90 Ah Die UMP wird scheiße Kann ich dir garantieren Habe ich auch gerade Ich habe auch die Die mehr für mich schon Ha Ich habe einen geholt Ich habe immer noch keinen gesehen Ah das wurde noch gar nicht gesetzt Scheiße Ich dachte das wäre gelegt worden Fail Oh sorry Ich dachte die Bombe hätte der schon gelegt Dabei war die Das ist das Nice one Jetzt werden wir den auch mal lassen können Ich wollte jetzt unbedingt OMP haben Äh Mit der OMP meinen MVP Hab ich glaube ich noch nie gehabt Ich glaube ich auch nicht Auf jeden Fall jetzt der Zed Eagle Vielleicht auch Finde ich gut Glaube ich auch mal Ende des Hausrein Das bringt doch sowas Kann ich diese Türen aufschießen oder wie geht das Oh ne Mit E Hat sicherlich Problem gelöst Wuuuuh MVP Nice one Ne ich habe zwei gewonnen Ach ein Stück Trin Geht da Ich dominier schon den ersten Trashfogs Was ist das denn für einer? Trashfogs Zweite von der Terror Alter Scheiße Schade Entschuldigung für den Kraftausdruck Wollte ich Ich war nicht so gekannt Ja natürlich Er klaut ihn mir dann auch noch Weißt du Ach du warst das Ja finde ich gut Auf jeden Fall habe ich dann auch wieder meinen Kill gehabt Und jetzt Die Schöne Ich habe die Nova jetzt gerade Ja ich auch Woa Meiner ist am Spawn AFK Ne irgendwie nicht Aha meiner So halbwegs AFK Warp ist down unten am Wasser Da ist er dort Und da ist der andere dort Nice one Oh guck mal Schon wieder so ein Sternchen Cool Das heißt der MVP Das heißt anders Von 7 zu 0 Gern der nicht schlecht Ja ich spiele ja auch mit Max Ja Ist auch so Bekanntlich der Wow Autsch Der Asi von raus Nicht mehr Schau mal dem Jan zu dem 1 und 2 Oberkiller Wie du hattest ne Pistole Du hattest gar nie ne Pistole Das ist Laverstoffe 3 Ich sehe immer noch beide Oho 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 Fann ich gut Äh Kommt der Profi Alter Das funktioniert wieder Ich kann doch wieder spielen Ich hatte beim Battlefield Zwischenzeit ein bisschen die Hoffnung Ausgegeben dass ich überhaupt Nicht mehr kann Battlefield habe ich irgendwie Jetzt kürzlich wieder angefangen Zu spielen Und so richtig Ja also die erste Runde Nach Urlaub war richtig Presslich Das hat überhaupt nicht Funktioniert irgendwie Ja ne Wenn du schon lange nicht Das war ein Fail ohne Ende Achso hier hocken die immer Ich weiß nicht warum ich die nicht sehe Wo hocken die Unten Du weißt auch wo die Tür ist Von denen Ja Da ist rechts so ne kleine Nische Ja 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 klar Der eine hockt da immer drin Die hab ich grad das erste Mal gesehen Die konnte ich gar nicht Bin hinter dir Jan Ui sorry Ich hab mich eingefekt Jetzt stirbt er einfach Ey jetzt klaut denen wir den Ich glaub das nicht Ja Verdammt Ich hab ein Bot gekillt Super Fuck Ja gut ich würde ja Also von mir werden sie auch geklaut Von dem her Jetzt hab ich auch noch meinen MVP geholt Zumindest einen Haben sie Jan hat schon drei Ist das jetzt vorbei? Ne jetzt wird's Jetzt gibt's Teamwechsel Weil wir haben 10 zu 1 Wir müssen best out of Was für dich gerade hat Oh schade Best out of 20 gibt's ne und wir haben schon 10 zu 0 Das heißt gleich ist sie zu Ende Jupp wenn wir die Runde gewinnen dann ist zu Ende Dann noch mal 11 zu 0 gewonnen Lass mich noch bei Leute töten Hey die fallen alle um bevor ich um die Ecke komme Toll und dann los Ja fragt mich an Macht Spaß Am spawnen ist noch einer Ja gut Und wir haben gewonnen Sehr nice Leute Runde zu Ende Folge zu Ende Bis zum nächsten Mal Adios Bis zum nächsten Mal